Mein Name ist Christiane Hartung, ich bin Gemeindereferentin in Sankt Zuriakust hier in Bottrop und heute in der Humboldt Buchhandlung. Liebe Erwachsene, liebe Kinder, es ist der 10. Dezember und ich hoffe ihr, liebe Kinder, ihr habt schon einen Wunschzettel gemacht und euch überlegt, was ihr denn gerne zu Weihnachten hättet. Und auch bei den Erwachsenen hoffe ich, dass sie sich schon Gedanken rund um das Thema Geschenke gemacht haben. Vielleicht haben die Kinder ja auch schon darüber nachgedacht, wem sie in diesem Jahr eine Freude machen möchten. Habt ihr euch, liebe Kinder, schon einmal gefragt, warum wir uns eigentlich an Weihnachten beschenken? Anderen eine Freude zu machen, ihnen etwas zu geben, wo sie Spaß dran haben. An Menschen zu denken, zu überlegen, was ist für diese Menschen denn gut und wichtig? Zwei gute Gründe für so ein Weihnachtsgeschenk. Anderen eine Freude machen und an sie denken. Aber es gibt noch einen anderen Grund für Weihnachten. Und dieser Grund hat gar nichts mit so einem Geschenkpäckchen zu tun, sondern eher mit diesem hier. Wir beschenken uns an Weihnachten, weil Gott uns beschenkt hat. Gott hat uns beschenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Damit wir hier einen Freund haben, der uns den Himmel öffnet. Damit wir einen Freund haben, der weiß, was wir brauchen. Der bei uns ist in traurigen, aber auch in guten Stunden. Der uns etwas von der Liebe und von der Nähe Gottes spüren lassen möchte. Die Freude über dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, diese Freude wollen wir weitergeben. Und deshalb beschenken wir uns an Weihnachten. In der Bibel, im Alten Testament, im Buch der Sprüche, da steht ein Satz geschrieben, ein Geschenk schafft dem Menschen Raum und geleitet ihn vor die Großen. Da, wo ich mein Herz offen habe, wo ich schaue, wie ich anderen eine Freude und etwas Gutes tun kann. Da öffnen sich für mich ganz viele Türen und ich bin dem Menschen nahe und kann ebenso eine Freude bereiten. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich wünsche euch und ihnen, dass ihr in diesem Jahr Beschenkte seid. Auch wenn ihr eben nicht dieses Päckchen in den Handen haltet, so seid ihr auf jeden Fall von Gott beschenkt. Und für den Advent, da wünsche ich uns, dass wir uns Zeit nehmen, zu gucken, wie kann ich denn wem eine Freude machen und die Freude, die Gott mir schenkt, weiter schenken. Vertraue, bitte. Vertraue, bitte. Vielen Dank.